Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt heute an Techtomi Tested. Techtomi geht weiter. Techtomi geht in die nächste Phase und zwar ja wir wollen ja jetzt morgen eigentlich schon los nach Spanien und wir haben noch mal eben unseren Router bekommen und den wollen wir noch mit dem schnell verbauen. Aber kein Pfusch machen. Nein natürlich nicht. Wir haben ja schon die Dachführung da liegen. Die haben wir ja mitgemacht bei der Solarplatte. Das heißt wir können das Kabel einfach so durchziehen. So in der Theorie. Aber ja wir haben hier auf jeden Fall alles bei was wir zum Anbau benötigen. Keine Panik. So schlimm wie es nicht angeliefert wird. Wir haben da schon mal alles auf dem Tisch gehabt und die Tüten auseinandergerissen. Das ist der sogenannte Router von Karatec. Hat zwei SIM-Karten Slots und sehr viele nützliche Funktionen. Dazu später mehr. Erstmal müssen wir verbauen, weil jetzt haben wir gerade mal eine trockene Minute erwischt, wo es nicht regnet. Das schwierigste jetzt an der Sache ist die Kabel von außen nach innen zu verlegen. Wir haben jetzt schon den Kabelkanal da liegen. Ansonsten ist in dem Set auch eine Kabel-Durchführung oder wie nennt man das, beigelegt. Das heißt man kann die Bohrung durch das Dach machen und hat damit dann nachher das Kabel geschützt. Ganz interessant finde ich auch, dass da noch ein Routerschalter ist, um den Router nachher ein- und aufzustellen, weil der muss ja nicht 24-7 laufen. Frisst ja auch irgendwo nur Strom. Und Strom hat man immer zu wenig. So Johanna, ich würde sagen, wir bringen das mal einmal an. Also wir sollen einfach nur die Fläche oben auf dem Dach reinigen, ein bisschen die Kasil drunter schmieren und festdrücken. Na ja, so ganz grob gesagt. Wir machen es natürlich ein bisschen vernünftiger und gucken uns das mal an. Aber wir wollen uns mal einmal gucken, ob wir das Kabel jetzt einmal von außen hier rein kriegen. Wir haben hier ordentlich Kabel. Ich weiß nicht, warum wir die ganzen Kabel? Kabel durchgeschnitten. Ja, als wenn. Das ist die Außenantenne, die wird oben auf dem Dach montiert. So, nun sind wir ein paar Wochen mit dem Router unterwegs und können denke ich schon ein bisschen einschätzen, ob der Router Mehrwert bietet oder nicht. Wir stehen aktuell irgendwo in der Nähe von Ulm. Wir waren mit dem Router schon unterwegs in Spanien, konnten ihn auch einmal im Ausland testen und ja, wir müssen sagen, man kann ihn nutzen. Also wir wollen nicht mehr ohne Router und warum das so einfach ist und warum wir den Router so gut finden, das zeigen wir euch jetzt einmal. Wir hätten ja schon mal den Karatek Fernseher hier vorgestellt und haben auf einer Satellitenschüssel verzichtet und ja, da kommt halt der Router mit ins Spiel, weil der Fernseher braucht dann ein Netzwerk, um YouTube oder Netflix oder normales VTV zu zeigen und ja, wir haben das hier über Magenta TV gelöst. Aber nun einmal zu dem Router. Und zwar gibt es den Karatek Router in zwei Varianten, einmal in 4G und einmal in der 5G Variante. Die 5G Variante, die ist im Moment noch etwas teurer als die 4G Variante. Wir haben uns aber jetzt gesagt, wenn wir jetzt einen Router verbauen, dann nehmen wir direkt den richtigen Router. 5G ist die Zukunft und ja, 5G funktioniert wirklich gut. Wir haben das jetzt mal ein bisschen getestet und öfter mal durchgespielt das Ganze. Also wir haben auch mal öfter einen Speedtest am Handy gemacht, mit 5G und einen Speedtest beim Router gemacht. Da hatten wir erst bessere Werte auf dem Handy als mit dem Router. Da haben wir allerdings gesehen, dass wir im 2,4 GHz Netzwerk waren. Und dann haben wir das auf dieses 5G Netzwerk umgestellt. Und seitdem haben wir, ja, brachial schnelles Internet. Was noch dabei zu sagen ist, aber mit diesem 2,4 GHz und 5 GHz oder Hertz Netz. Aktuell ist ja 5Hz. Alle Mac-Produkte, alle Apple-Produkte unterstützen diese 5 GHz. Wir haben allerdings noch hier so eine kleine Dockcam, die Johanna jetzt weggeräumt hat beim Aufräumen. Die zum Beispiel unterstützt noch diese alte Hertz-Frequenz. Und daher ist es ganz gut, dass der Router einfach beides kann. Und ja, dementsprechend haben wir zwei Netzwerke. Einmal 2,4 und 5 GHz. Und ich würde mal sagen, Johanna, schwenk mal hier rüber. Da ist das gute Stück. Und ja, wir sind mit dem Router sehr gut zufrieden, weil die Funktionen einfach, ja, viele Vorteile bieten im Gegensatz zu einem normalen Handy-Hotspot. Das ist wahrscheinlich auch der Fall. Das kann ich euch dann auch direkt wieder ausreden. Viele sagen, was soll ich denn mit einem Router im Fahrzeug? Machen wir einfach mit einem Hotspot und einem Handy-Hotspot. Ja, kann man machen. Wenn man ein Apple-Produkt hat, macht ihr das Apple-Produkt an. Dann fragt ihr auch schon, ja, wollen sie sich über das Mobilfunknetz verbinden, um ins Internet zu gehen? Ja, das funktioniert sehr gut. Aber wenn man hier jetzt halt so ein kleines Netzwerk im Fahrzeug hat, Fernseher, da ein Laptop, hier ein Handy, dann macht ein Router Sinn, dann da noch eine Dockcam, weil mit einem Handy-Hotspot hätten wir nicht die Möglichkeit gehabt, die Dockcam zu nutzen. Und das Ganze macht es mit dem Router sehr angenehm. Und ein wichtiger Aspekt ist noch, ich bin ja mal ein bisschen pingelig mit der Strahlung, wenn man die ganze Zeit so ein 5G-Netz im Ohr hat oder ein LTE-Netz. Das strahlt natürlich mehr als ein WLAN-Signal. Und wir haben hier jetzt den Router bzw. den Sender auf dem Dach sitzen und es strahlt vom Dach und nicht aus der Hosentasche raus. Dementsprechend finde ich das ganz gut, dass hier so ein Netzwerk herrscht. Wobei ich auch sagen muss, dass dieses WLAN sehr stark oder sehr weit ausstrahlt. Also wenn wir auf dem Stellplatz sind und haben WLAN an, ja, wir sind aufzufinden. Aber es ist gut geschützt. Ja, wie haben wir das angeschlossen? Also wir sind hier, wie gerade schon gesehen, durch den Kabelkanal gegangen. Dann haben wir den Router hier hingeklettet. Den will ich jetzt nicht losreißen, das ist aber nur mit einem Klettfest gemacht. Und ja, am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme mit dem 12 Volt. Oder ich wollte, ich hatte Angst hier an die 12 Volt zu gehen. Und dann hatte ich hier erstmal eine Notlösung gebaut. Über diesen Zigarettenanzünder mit einem Stecker, den ich da dran gefriemelt habe. Wir waren aber bei Karatek in Landau und haben eine Alarmanlage bekommen. Und kurz vor Feierabend, es war wirklich 10 vor 5. Und dann haben wir nochmal einmal gefragt, wie die das Kabel verbinden würden. Und dann hat, eigentlich ist der aus der Werkstatt, ne? Daniel gesagt, ja komm, fahr dir, fahrst du nochmal mit rein, wir machen das schnell mit. Da soll jetzt natürlich keine Anspielung auf allen sein, dass ihr Karatek kurz vor Feierabend stürmen sollt mit so einen Sachen. Aber wir waren sehr froh, dass er gesagt hat, ja komm, ich gucke mir das nochmal eben an. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist natürlich auch nicht die schöne Art, kurz vor Feierabend mit so einen Fragen zu kommen. Aber wir sind heilfroh, wirklich heilfroh, dass wir es jetzt angeschlossen haben, weil jetzt können wir es richtig nutzen. Hier haben wir einen Routerschalter, der dabei war, verbaut. Beziehungsweise Daniel hat den Routerschalter hier reingesetzt. Und ist hier mit dem 12-Volt-Kabel an, ja, diesen 12-Volt-Anschluss da gegangen. Aber wie gesagt, das war ein Kabelkanal, das war die Hauptleitung. Ich persönlich hatte Angst, da jetzt ranzugehen und habe dementsprechend dann die Spezialisten gefragt bei Karatek. Und die haben es mal gemacht. Sieht auf jeden Fall viel schöner aus, ne? Es sieht sehr, sehr viel schöner aus. So, wir kommen gar nicht auf den Punkt, wir reden, wir schweifen nur ab. Routerschalter, Router aus, Strom weg, Router aus. Machen wir mal wieder an. Und zu der Einrichtung. Die ist super einfach. Wir haben hier einen QR-Code mit bei. Der klebt aber hier drauf und man kann ihn auch noch hierin kleben. Den scannen wir mit dem Handy ab und kommen dann direkt auf die Karatek-Oberfläche. Und man hat eine eigene Karatek-Übersicht. Und da kommen wir jetzt schon zu den Vorteilen, weil das ist ein Teletonica-Router mit einer Karatek-Softwaren. Karatek hat in dem Fall das Ganze vereinfacht. Und man kann, ja, wir zeigen das gleich nochmal am Handy, die Bedienung sehr einfach dann durchführen. Und jetzt hier zum Router, Johanna, was ich total grandios finde, sind diese zwei SIM-Kartenschüge hier. Das heißt, wir haben hier, ja, zu dem Vertrag natürlich erstmal, wir schweifen wieder von der einen Stelle zur anderen. Wir haben das aktuell so gelöst. Ich habe einen Telekom-Vertrag, einen Telekom-Unlimited-Vertrag. Habe eine eSIM in der Apple Watch und eine Multi-SIM-Karte angefordert und bezahle, glaube ich, um die 100 Euro. Also, ihr könnt bei der Telekom verhandeln. Wie gesagt, wir haben, ja, den Unlimited, wir haben Internet frei in Deutschland und im Ausland 50 GB im Monat zur Verfügung. In Spanien waren wir jetzt zwei Wochen, wir haben jeden Tag Fernseher geguckt, wir haben Videos hochgeladen. Wir sind, ja, bei weitem nicht an die 50 GB gekommen, beziehungsweise wir haben keine Meldung bekommen, dass wir ein gedrosseltes Internet haben. Das heißt, wir kommen mit einer SIM 1 sehr gut aus aktuell. Unsere Notlösung wäre aber gewesen, wenn unser Datenvolumen vollgelaufen wäre, dann hätten wir uns wahrscheinlich keinen Datenpass nachgekauft, dann hätten wir uns einfach eine Prepaid-SIM-Karte aus dem Ausland geholt und die kann man dann einfach hier reinschieben. Und wenn das Datenvolumen hier leer ist, dann schaltet man einfach die zweite SIM ein und fertig. Also bietet sich oft an, im Ausland einen Anbieter aus dem Ausland zu nehmen, weil es einfach günstiger ist. Und hier haben wir noch vier Internet-Ports und einen WAN-Port und, ja, ob man das jetzt im Wohnmobil braucht, weiß ich nicht. Aber wenn man irgendein Gerät hat, was jetzt nicht WLAN-fähig ist, dann kann man ein Netzwerkkabel anschließen. Wenn man den Router zurückgesetzt hat oder das WLAN deaktiviert hat, dann kann man nochmal mit einem Nahenkabel wieder rangehen und das WLAN wieder einschalten. Wenn es uns auch mal passiert im Urlaub, da hat man kein Lernkabel dabei, klappt dann auch mit einem Reset. Und, ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal einmal auf eine Funktion ein. Das können wir aber am besten einmal am MacBook machen. Guter eingeschaltet ist, gibt es eine standardmäßige IP-Adresse, auf der die Oberfläche aufrufbar ist. Man kennt es von der Fritzbox. Hier ist es die 192.168.1.1 und dann kommen wir hier auf diese Caratec-Oberfläche. Und hier können wir uns jetzt mit unseren Benutzerdaten einloggen. Die stehen einmal oben auf dem Barcode oder man kann sie halt selber definieren. Wir haben sie jetzt nochmal selber definiert. Das heißt, wir können den Barcode filmen, können den Code sehen, könnt ihr euch aber nicht bei uns einwählen. So, dann gucken wir hier, Johanna. Einmal gehen wir rein und wir haben ein falsches Kennwort. Vorführeffekt. Nehmen wir doch das von dem Label. Wir haben es ja einmal zurückgesetzt, als wir die Einstellung nochmal überprüft haben. Erinnerst du dich? Haben wir ein bisschen rumgespielt mit dem Rotor und die Funktion getestet. Hier sind wir jetzt bei der, oder auf dieser speziellen Caratec-Oberfläche und die Oberfläche vereinfacht das Ganze ungemein. Das gibt es aber auch fürs Handy, ne? Also auf dem Handy kann man es genauso aufmachen. Also im Handy lässt sich die Seite natürlich genauso aufrufen, wenn wir dann im WLAN sind. Ich mache das WLAN mal einmal an. Wichtig ist natürlich, klar, ohne WLAN keine Verbindung zum Router, keine Oberfläche. Selbsterklärend. So, jetzt rufen wir die IP nochmal auf und jetzt haben wir praktisch das Bild, was wir hier jetzt gerade auf dem Notebook haben, auch auf dem Handy. Aber ich denke, auf dem Notebook ist es einfach einmal zu erklären. Wir sind hier gerade verbunden mit einer Telekom-SIM-Karte und wir können hier jetzt auch ein externes WLAN scannen. Das gibt es hier nicht wahrscheinlich, weil wir auf dem Firmengelände stehen. Wenn man ein externes WLAN hätte, das ist auch der Vorteil von der Antenne auf dem Dach. Wenn man auf einem WLAN, ach, wenn man auf einem WLAN, wenn man auf einem Campingplatz steht und man kennt es, das Fahrzeug schämt ab. Man hat vor der Tür WLAN-Empfang, im Fahrzeug nicht mehr. Dann kann man den WLAN-Empfang vom Platz mit der Antenne abgreifen und hier direkt ans Fahrzeug ausstrahlen. Und wir haben jetzt mal einen Scan gemacht und hier gibt es sogar einige Netze. Wenn wir die Zugangsdaten hätten, dann könnten wir uns in das Netz einwählen und dann hätten wir praktisch mit der Antenne einen WLAN-Verstärker und hätten das WLAN verstärkt hier im Fahrzeug. Was ich persönlich aber nicht empfehle und auch nicht gut finde, weil ich weiß nie, wie die Netzbetreiber bzw. die Stellplätze das Netzwerk sichern. Und ich möchte ungern mit meinen Daten in einem anderen Netzwerk zu sehen sein. Also da bin ich immer vorsichtig, es ist möglich. Macht vielleicht Sinn, wenn man beim Kumpel ist und will das Hausnetzwerk ein bisschen abgreifen und das im Fahrzeug nutzen. Für uns ist es aber immer interessant, wir haben halt immer die Telekom-Karte drin und man sieht schon, dass wir ordentlich hier Datenvolumen durchgeballert haben. Wir haben schon 269 GB runtergeladen und 33 GB hochgeladen, wobei ich sagen muss, das hätte mehr sein müssen. So, Johanna, dann müssen wir gleich mal schwärzen. Das ist die Simpin, aber das kriegen wir auch wahrscheinlich noch geschwärzt. Internes WLAN, das heißt, hier sind die WLAN-Netze oder hier kann man die WLAN-Netze umbenennen, die wir jetzt haben. Das war das gerade angesprochene 2G und 5G-Netz, das heißt, ich habe hier zwei Netze eingerichtet. Das muss man auch nicht machen, das kann man machen, also das ist auch schon sehr gut von Karatek vorkonfiguriert. Dann heißt das Netz Karatek, wir haben es jetzt Home-Gepark genannt, einmal 2G und 5G, je nachdem, was für ein Gerät man da hat und welche Frequenz man nutzen will. Hier sieht man jetzt gerade auch, MacBook Pro von Thomas ist hier im WLAN eingewählt und so hat man auch noch ein bisschen Überblick, was da passiert und wer sich da eingewählt hat. Und wir können auch ein Gas-WLAN erstellen, das heißt, wenn Schwiegereltern kommen und Schwiegervater hat sein Datenvolumen wieder aufgebaut, dann können wir hier auch einen Gaszugang aktivieren und dann auch Limits setzen, wie viel Daten sie verbrauchen dürfen. Finde ich cool, ob man es dann nutzt, weiß ich nicht, aber es ist nice to have und ich denke doch, situationsbedingt kann man es nutzen. Das hier ist jetzt die Karatek-Oberfläche, bietet halt eine super einfache Nutzung. Wenn man aber ein bisschen weiter ins Thema gehen will, dann kann man nur auf Fortgeschritten gehen und dann ist man in der bekannten Teltonica-Oberfläche. Es ist ein Teltonica-Router mit einer Karatek-Erweiterung oder wie kann man das schimpfen? Also es ist durch Karatek, genau das ist halt dieser Mehrwert durch Karatek, dass die vernünftige Dachantenne da mit bei ist, direkt im Set und dass diese Karatek viel mehr da drauf ist. Weil ich glaube, wenn man nur den Teltonica-Router einzeln kauft, dann muss man sich Dachantenne und so eine Optional irgendwo zusuchen. Und da ist hier dieses Paket, was stimmig aufeinander zugeschnitten ist und sehr gut funktioniert. Hier, weiß ich nicht, ob wir da drauf eingehen wollen, hier hat man natürlich sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten und hier kann man halt jedes kleine Detail einstellen. Was ich in Spanien ganz interessant fand, wir hatten eine alte SIM-Karte und die SIM-Karte hat sich immer in das falsche Netz eingewählt in Spanien. Und wir hatten die Möglichkeit, dann hier nachher in der Teltonica-Oberfläche zu sagen, so nimm das Movistar, wie hieß das in Spanien, Movistar-Netz und verbinde dich immer mit dem Movistar-Netz. Und ich weiß nicht, ob es Movistar war, ich meine, das hieß Movistar. Und dann hatten wir gutes Internet, weil vorher hatten wir mal Abbrüche, ist aber da eine SIM-Karte geschuldet. Und ja, die ist schon ein paar Jahre älter und da wird immer Zeit, dass man da eine aktuelle SIM-Karte reinbekommt. Und auf jeden Fall hatten wir da dann mit der manuellen Einstellung die Möglichkeit bzw. das Glück, dass wir das manuell hinterlegen konnten und wir hatten dann gutes Internet. Und ja, was ist denn noch zu sagen? Also ich würde sagen, wir machen mal einmal einen Speedtest. Ich habe hier jetzt mit dem Handy LTE. Mit dem Router habe ich 5G. Das heißt, wir haben jetzt schon mal mehr Empfang oben von der Antenne auf dem Fahrzeug als mit dem Handy. Wir können ja mal spaßeshalber mit LTE einen Speedtest machen. Jetzt ist er auch gerade auf 5G umgesprungen. Aber er schwankt immer zwischen LTE und 5G. So, jetzt haben wir einen Download-Speed von 30 Mbit. 40. Reicht voll und ganz zum Streamen und zum Fernsehgucken. Da braucht man so um die 6000 Mbit, wenn man da vernünftig streamen möchte. Für uns auch immer wichtig ist die Upload-Geschwindigkeit, wenn wir ein Video hochladen. Und man merkt gerade schon, dass die Pingzeit ziemlich lang ist. Und wir laden jetzt wahrscheinlich gleich noch mit 8 Mbit hoch. 6. Es ist okay, um ein Video hochzuladen. Aber wir schauen mal, ob wir jetzt in Verbindung. Jetzt haben wir hier das 2G. Wichtig ist immer, wir haben nämlich die Kamera eingerichtet. Da mussten wir einmal mit dem Handy die Einstellung vorgeben. Das heißt, wir nehmen das 2G-Netz hier mal wieder raus, weil das iPhone kann ja auch mit 5G umgehen. Das heißt, dieses Netzwerk ignorieren. Und wir gehen ins 5G-Netz. Das ist auch immer wichtig, wenn ihr hohe Datenrate haben wollt, dann empfiehlt sich das 5G-Netz. Das heißt, wir haben uns hier jetzt mit dem 5G-Netz verbunden. Das hat jetzt nichts mit LTE oder 5G zu tun, sondern einfach nur die Herzahl, die Frequenz von dem WLAN. Und dann würde ich sagen, starten wir den Speedtest nochmal von vorne und schauen mal, ob sich da was getan hat. Wir haben es vorher noch nicht getestet. Also hier ist ein Vorführeffekt. Naja, Vorführeffekt ist es nicht. Es ist ja spürbar mehr. Also da sieht man auf jeden Fall den Mehrwert einer Dachantenne. Oh, hier, da hatten wir gerade 5 Mbit im Upload. Also spürbar mehr Leistung. Spürbar mehr Datenspeed. Das ist ein Unterschied, Johanna. Da hätte ich jetzt selber nicht mitgerechnet. Also da hätte ich nicht mitgerechnet. Also man merkt, wir haben Freude an dem Produkt. Und es ist ja eigentlich auch unschwer zu erkennen, dass es auch Vorteile bietet. Nachteil ist natürlich, wie alles immer, dieser hohe Preis. Muss man ja auch einmal schlucken. Aber es ist einfach so, ich glaube der 4G-Router kostet um die 600 Euro. Der ist ein bisschen günstiger. Kommt halt auch drauf an. Wir haben den 5G genommen, weil wir halt auch die Videos hochladen. Und es gibt schon auch einige, die sagen, der 4G reicht Ihnen. Ja, ich würde aber immer 5G empfehlen, weil 5G ist die Zukunft. Und also das LTE-Netz, das wird wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit nicht abgeschaltet. Damit hat man in der Regel auch ausreichend Speed. Und man kann alles Mögliche damit machen. Aber wenn 5G möglich ist, will ich diese 5G auch nutzen. Und gerade wenn wir zu Hause noch, oder beziehungsweise Daten, zwischen der Cloud hin und her laden. Da ist das natürlich ein Riesenvorteil, wenn man eine hohe Datenrate hat. Also ich persönlich empfehle immer den 5G-Router. Allein schon für die Zukunft, um irgendwie die Zukunft vorzusorgen. Es sei denn, man hat vielleicht ein Wohnmobil, wo man weiß, okay, das fahre ich noch zwei Jahre. Und dann switche ich eh noch mal um. Aber wir wollen halt nicht immer alles ändern müssen. Wobei ich vermute, dass man die Route auch austauschen kann. Aber das weiß ich nicht. Wir haben in der Antenne auch, glaube ich, 4 LTE-Antennen. Ich muss googeln, ich muss eine Anleitung machen. In der Hauptantenne befinden sich auch mehrere LTE- und 5G-Antennen. Und sogar eine GPS-Antenne. Da gibt es allerdings noch keine Funktionen. Aber vielleicht kommt da noch mal was mit einem Filmware-Update. Oder mal schauen, was da für Möglichkeiten kommen werden. Also schaden kann es nicht, wenn die zusätzlich verbaut ist. Und ja, zu dem Anbau kann ich noch einmal dabei sagen. Die Dachantenne, die wird geklebt. Und wir hatten hier von den Solarpanels schon ein Loch vorgebaut. Das ist jetzt nicht die schönste Ansicht hier mit unserem Schrank auf der Reise. Auf jeden Fall war dieses Loch schon vorhanden. Und wir hatten oben einen Stromverteiler. Und da muss ich noch mal dabei sagen, wir haben, das ist eine schwarze Dose. Da geht vorne ein Eingang rein und hinten drei Eingänge. Und wenn man es richtig machen will, dann nimmt man keinen Eingang von der Fahrtrichtung. Und das habe ich jetzt für die Dachantenne gemacht. Das ist jetzt nicht empfehlenswert. Aber das macht man einfach nicht. Weil von vorne, wenn es regnet, fliegt das alles immer auf Eröffnung. Wir haben diesen Eingang genommen und vernünftig abgedichtet. Bei uns ist er dicht. Aus dem Grunde, weil wir hinten drei Eingänge haben. Zwei Solarpanels sind schon angeschlossen. Und wir bekommen auf Dauer noch ein drittes Solarpanel dazu. Und ich möchte alle Solarpanels in die hinteren Eingänge haben. Das heißt, es wäre nur noch vorne der Eingang in der Dose frei gewesen. Aber wie gesagt, wir empfehlen euch, bzw. wenn man es richtig macht, dann nimmt man immer die hinteren Eingänge und nicht von vorne die Eingänge, wo dann während der Fahrt das Regen oder der Regenwasser oder so der Regen reinlaufen kann. Und ja, nochmal dazu lag auch eine Dachdurchführung bei Karatek bei. Das heißt, wenn man sich zutraut, selber hier ein Loch durchzubohren, dann hat man da eine vernünftige Dachdurchführung, die dem Z beiliegt. Und ja, man kann es vernünftig mit allen beiliegenden Komponenten vernünftig anbauen. Und ja, was gibt es noch zum Router zu sagen? Also ich finde, das ist wirklich ein tolles Produkt. Ja, der 4G-Router liegt bei um die 600 Euro und der 5G-Router bei 1200 Euro. Also es ist ein krasser Preisunterschied. Die 5G-Technik ist noch sehr neu. Wir sind aber sehr froh, den 5G-Router zu haben. Und ja, wir würden immer wieder diesen 5G-Router nehmen, weil uns die Datengeschwindigkeit so extrem wichtig ist. Und Johanna, ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe, aber wenn euch das Thema mit den Routern interessiert, auch speziell Handy-Tarife, dann machen wir vielleicht nochmal ein eigenes Video zu den Handy-Tarifen. Zum Beispiel gesagt, ja, wir haben ja, wie kurz schon gesagt, den Telekom Unlimited-Tarif. Es gibt auch von Out2 einen super Datentarif. Der hat 120 GB Datenvolumen im Monat für um die 20, 30 Euro. Guido, wenn du dieses Video siehst, schreib uns gerne, ob wir deinen Kontakt teilen dürfen, weil du bist da ja der Out2-Mann. Und hast schon sehr viele glückliche Kunden mit deinen Verträgen gemacht, bereitet, getan, wie auch immer. Freude bereitet. Freude bereitet, darauf wäre ich nicht gekommen. Und ja, ich hoffe, wir konnten mit dem Video ein bisschen Informationen vermitteln. Und weil die Frage kam jetzt schon öfter, wie guckt ihr Fernsehen, habt ihr einen Router und macht ihr das mit dem Hotspot? Und wir können dabei sagen, also ein fest verbauter Router ist nicht zu vergleichen mit so einem Router hier im Fahrzeug. Das hatten wir nämlich vorher und es hat funktioniert, aber empfangstechnisch, man hat es ja gerade auch gesehen, bietet so ein fest verbauter Router einen riesen, riesen Mehrwert. Und gerade wenn wir in der Woche, an manchen Tagen arbeiten wir aus dem Fahrzeug raus und wenn wir schöne Stellplätze haben, dann sind wir froh, dass wir eine Dachantenne haben und dann kommen wir mit dem Internet zurecht, wo wir jetzt mit dem Handy dann kein Netz hätten. Und ja, da sehe ich die riesen Vorteile. Ja, die Dachantenne greift ja auch nicht nur das Netz über dem Stellplatz ab, sondern guckt auch nochmal weiter, was so im Umkreis ist. Das ist alles, was da jetzt so gerade ist. So, Johanna, es ist spät. Ich bin müde. Wir hatten einen ganz anstrengenden Tag, 21 Uhr 4. Ich hoffe, ihr entschuldigt meine ganzen Sprachfehler, Sprechverrammler, keine Ahnung. Ich bin Sprechverrammler, das ist auch lustig. Ich bin hundemüde. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Es geht in dem nächsten Tech-Tomi-Video geht es nachher um die NDS-Geschichte mit der Solaranlage, wie wir das verbaut haben. Und wenn euch das auch interessiert, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video. Und Johanna, ich bin fick und fertig. Fick und fertig. Ab mir eine Kiste, würde ich sagen. Gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.